Musik Herzlich Willkommen zu einer weiteren Late Nerd Show. Heute sind wir mal nicht unterwegs, sondern melden uns hier aus unserem kuscheligen Studio. Aber heute wird es auch düster, denn es geht um große Alte, große Übel und große... Naja, ihr werdet schon sehen, aber sie wachsen an Elfen. Und den Anfang macht dieser schicke Band hier. Das erste Add-on zu Diablo 3, Reaper of Souls, ist ja gerade erschienen, aber wenn man Malta El schon ein paar Mal gelegt hat, dann kann man hiermit auch entspannter in die Welt von Sanktuario eintauchen. Denn die Tyrael-Chronik ist sehr ähnlich aufgebaut wie die Kane-Chronik, die damals die Vorarbeit zu Diablo 3 geleistet und die Welt und ihre Hintergründe genauer vorgestellt hat. Die Tyrael-Chronik geht allerdings mehr in die Tiefe und vor allen Dingen stellen längere Passagen einer Art Begleitung zum Hauptspiel Diablo 3 dar. Hier findet sich eine Sammlung von Texten der Hauptfiguren Deckard Cain und Leia, wobei das Mädchen in den Schriften ihres Onkels immer mehr über ihre eigene Mutter herausfindet und den kommenden Verrat vielleicht ahnt, aber nicht wahrhaben will. Dieser Teil liest sich fast ein bisschen wie ein Krimi-Hintergrund und rundet die im Spiel eher etwas hölzern erzählte Handlung sehr gut ab. Ansonsten gibt es haufenweise Informationen zur Entstehung von Engeln, Dämonen, Nephilim und normalen Menschen und Gruppierungen und Personen auf Sanktuario. Dabei arbeitet vieles gezielt auf das Add-on Reaper of Souls zu. So bekommen wir Details zur Entstehung des Schauplatzes der Westmark geliefert, aber auch einiges zur Entwicklung der Kreuzritter, die die neue spielbare Klasse darstellen. Insgesamt schließt der Band so einige Lücken, die im Spiel vielleicht nicht auffallen, aber vorhanden sind und macht aus Sanktuario und seiner Geschichte eine rundere Hintergrundwelt. Die Texte sind gut und stimmungsvoll geschrieben und auch gut übersetzt und binden durch Kommentare und Verweise die drei Figuren Cain, Leia und Tyrael ein. Ein, zwei Tippfehler haben sich eingeschlichen, so stammen die Kreuzritter wohl eher von einem wehrhaften Zweig der Kirche und nicht von einem wehrhaften Zwerg ab, aber generell gibt es kaum etwas zu meckern. Trotz des interessanten Inhaltes ist das kein Buch zum stundenlangen Lesen. Man hat es recht schnell durch und dass auf über 160 Seiten nur auf 10 Seiten die Seitenzahl abgedrückt ist, ist vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass man das alles auch nicht in der richtigen Reihenfolge oder am Stück lesen muss. Dafür sind von diesen über 160 Seiten mindestens ein Drittel Illustrationen. Und die sind, wie von Blizzard zu erwarten, extrem stilvolle und starke Entwürfe und Szenenbilder zu Figuren und historischen Ereignissen. Oftmals sind auch die normalen Textseiten, aufgemacht als altes Pergament, dezent mit weiteren Zeichnungen hinterlegt. Alles ist in Schwarz-Weiß oder besser Sepia-Weiß gehalten und dadurch finden sich verschiedene Techniken wie Bleistiftzeichnung, Radierung und Aquarell zu einem stilistischen Ganzen zusammen. Außerdem ist der Einband extrem hochwertig aufgemacht und geprägt und der Goldschnitt verleiht dem Erzengel-Kompendium etwas deutlich edleres als der ausgefranste Schnitt bei den Cain-Chroniken. Als Bonus liegt hinten in einer Tasche noch ein Stammbaum der Königsfamilie von Tristram und Lea bei, zum Wenden einmal in Tod und einmal in Lebendig, makaber aber passend. Die Tyrael-Chronik ist also an der Grenze zwischen Artbook mit viel Text und Hintergrundband mit vielen Bildern. Außen wie innen ist der Band ausgesprochen sehenswert und die Inhalte sind eine gute Ergänzung zu den Spielen, auch wenn sie logischerweise keine Überraschungen oder große Erzählungen bieten. Acht von zehn Punkten gibt es dafür von uns. Weiter geht es mit Cthulhu, Reisen, Passagen in den Tod. Dieser Band soll das Reisen in den 20er Jahren deutlich tödlicher und anstrengender gestalten, aber auch realistischer. Neben sechs Abenteuern, die man auf Reisen einstreuen kann, enthält dieser Band nämlich auch eine Menge an Hintergrundinformationen zu den Reisen in den 20ern an sich. Da geht es darum, wer sich das leisten konnte, welche technischen Möglichkeiten bestanden, wie Bahnhöfe verwaltet wurden, um Gepäck, Papiere, Verwaltung und das aufkommende Phänomen des Urlaubs für die Mittelklasse. Dieser Part ist gut recherchiert und trotz der vielen Fakten nicht langweilig geschrieben und liefert neben dem vielen, vielen Fluff auch ein paar Werte zu Fahrzeugen und Bodenpläne, zum Beispiel für Luxuswaggons. Wer also auf Realismus viel Wert legt, kann hier einiges draus schöpfen. Die sechs Abenteuer beschäftigen sich dann mit verschiedenen Reisemethoden und flechten jeweils eine Begegnung mit dem Mythos ein, wobei einem auch Optionen angeboten werden, den ganzen Grusel nur auf natürlichen Phänomenen beruhen zu lassen. Dabei sind wir mit dem Auto in den USA unterwegs, mit dem Zug in Europa, auf einem Luxusliner auf dem Atlantik, mit einem Tramdampfer auf dem Weg nach China, auf einem Flugboot wieder in Gegenrichtung auf dem Atlantik und zu guter Letzt mit einem Zeppelin wieder zurück. Das erste Abenteuer, tot im Gepäck, steigt nach einem Aufenthalt in einer kuriosen Kleinstadt damit ein, dass die Spielercharaktere in ihrem Gepäck überraschend einen Toten finden, den sie da auf keinen Fall hingepackt haben. Die örtliche Polizei lässt sich davon logischerweise nicht überzeugen und es beginnt ein Spiel auf mehreren Ebenen, bei dem die nebelhaften Erinnerungen des letzten Tages neu erlebt werden. Das Konzept ist interessant und durchdacht umgesetzt und das Abenteuer lässt sich sicherlich auch an viele andere Orte versetzen, ursprünglich spielt es in Massachusetts. Das zweite Abenteuer, Hexenkessel, verbindet keltischen Kult mit einem Fernzug. Dabei sind einige interessante Ideen eingeflochten, wie antiker Brauch mit der Moderne verbunden werden kann. Der Showdown wirkt allerdings etwas überzogen. Dafür gibt es auf dem Weg dahin spannende Passagen in illusionären Welten, die sehr stimmungsvoll geschrieben sind und sich auch am Spieltisch gut machen dürften. Das Abenteuer sollte in Europa spielen, da ist es aber relativ frei, welche Strecke man wählen will. Zeit des Sturms spielt an Bord eines Luxusliners, der Leviathan. Der Hintergrund hierzu ist ziemlich gut recherchiert, bis hin zur Passagierliste des realen Schiffes und bindet einige schöne Details der Zeit ein, von Sportstars über Antidrogenkonferenzen bis hin zur Menge an Schiffskatzen. Die auch in dem sich entspinnenden Drama eine wichtige Rolle spielen, denn die Tiere scheinen schon vorab zu wissen, welche Person an Bord als nächstes Opfer eines grassierenden Wahnsinns wird. Das Setting ist stimmungsvoll und es gibt einige sehr schöne Gruselmomente und ein möglicherweise fatales, aber ziemlich episches Ende. Elmsfeuer ist sehr spezifisch in seiner Verortung des Geschehens, nicht durch die genaue Nennung des Schiffes wie bei Zeit des Sturms, sondern durch die gefahrene Route. So müssen die Spielercharaktere für dieses Abenteuer auf jeden Fall an Bord eines billigen Transports von der indischen See in den Pazifik wollen und dabei riskanterweise den Krakatau passieren. Einige der Geschehnisse beruhen dabei tatsächlich auf gruseligen Ereignissen, die sich zu der Zeit nahe des explodierten Vulkans ereigneten und tatsächlich kann man das Abenteuer wahlweise auch ganz ohne Mythoseinfluss spielen. Wenn man sich aber für die überirdische Variante entscheidet, gibt es auch hier einen epischen Schlussmoment, nachdem vorher viel mit menschlichen Abstrusitäten und Abgründen gearbeitet wurde. Im Stil der Lovecraft-Erzählungen sind die Menschen dabei aber gar nicht im Fokus, der Mythos-Kreaturen, sondern werden nur potenziell fatal von größeren Mächten gestreift. Der Aeroplan ist meiner Meinung nach das schwächste Abenteuer im Band, da der Stil teils einfach überzogen ist. Ein Beispiel. Edward Caldwell war ein einsamer Mann und als er starb, war er wahrscheinlich der einsamste Mann auf dem Planeten. Allein in einer abgelegenen Blockhütte am verregneten Schumann-Carnock-Hill in Rhode Island, wo er sich am 25.01.1930 eine Kugel in den Kopf schoss. Doch wer war für das Schicksal des armen Caldwell verantwortlich? Es war ein Leugor, ein gottverdammter Leugor. Auch die Thematik, dass die Gäste und Besatzung eines Reisemittels, in diesem Fall eines Flugbootes, von klassischen biblischen Horrorfiguren heimgesucht werden, wird eher standardmäßig abgearbeitet. Dafür lässt sich das Szenario sicherlich auch gut auf andere Situationen übertragen, wenn man schnell etwas in eine Kampagne einschieben will. Nebenbei, die Crew macht sich darüber lustig, dass der Ort Holyrood wie Hollywood klingt. Dass sie vorher in Dildo-Karf gelandet sind, rührt aber keinen an. Waren die Menschen damals so unschuldig? Himmelfahrt schließlich spielt auf einem Zeppelin, der eine Leiche aus dem Atlantik fischt. Das ist ein ziemlicher Zufall und kann natürlich nichts Gutes bedeuten. Recht schnell haben die Spielercharaktere ein extrem mächtiges Übel am Hals, das sich gerne einen neuen fliegenden Untersatz für seine untote Mannschaft holen würde. Der Grusel ist hier sehr schnell sehr greifbar und horrorfilmartig mit wandelnden Leichen und Tentakeln ausgestattet. Dafür gibt es da noch ordentlich was zu tun. Insgesamt, trotz ein paar Schwankungen, ist Reisen ein sehr solider Band, mit dem Spielleiter ihre Runden quellen können, wenn die einfach nur zum nächsten Ort einer Kampagne wollen. Teils sind die Abenteuer dafür zwar etwas spezifisch in ihrem Reisedatum oder der nötigen Route, vieles lässt sich aber gut abwandeln. Allerdings können die meisten Begegnungen ziemlich fatal enden, worauf die Reise dann auch eine Kampagne stark abkürzen würde. Aber das ist nun mal Cthulhu. Die Hintergründe sind gut recherchiert und aufgearbeitet und die Aufmachung ist wie immer stilvoll. Allerdings ist auf mancher Seite das Hintergrundmotiv so dunkel, dass es etwas mühselig mit dem Lesen werden kann. Auch hierfür gibt es von uns acht von zehn möglichen Punkten. Mit diesen einfach elfenbetitelten Bänden will der Soleil Verlag in Deutschland, hierbei vertreten durch Splitter, mal einen neuen Weg gehen. Die fünf Bände, die in dieser Reihe erscheinen sollen, spielen allesamt in der eigens dafür aus den Boden gestampften Fantasy-Welt, haben aber inhaltlich zunächst nichts miteinander zu tun. Jeder Band widmet sich einem anderen Elfenvolk dieser Welt und erzählt eine abgeschlossene Geschichte. Mit allen fünf Bänden soll sich aber eine größere Story ergeben. Das können wir noch nicht beurteilen, dafür aber den ersten Band, der frisch raus ist. Der Kristall der Blauelfen. Ja, blaue Elfen, denn sie sind im Meer verbunden und herrschen auch über weite Teile der See von einer Art Fantasy im Mont Saint-Michel aus. Das erste, was auffällt, ist das wirklich umwerfend gute Artwork. Hochglanz ist das Wort, das einem einfällt, nicht nur bei den erwartungsgemäß immer mal wieder splitternackten Elfendamen. Tatsächlich geht es hier überhaupt nicht um Sex oder niedere Triebe, sondern um Fantasy-Weltpolitik, Intrigen und dunkle Geheimnisse aus alter Zeit. Um Vorurteile, unwahrscheinliche Bündnisse und vieles, was man sich eben von High Fantasy erhofft. Erzählt wird die Story von zwei Elfendamen. Die eine entdeckt ein furchtbares Massaker an einem Volk, das einen Krieg auslesen könnte, und ermittelt mit ihrem Menschen Kupan. Die andere muss eine Prüfung ablegen, um eine mächtige Waffe für die Blauelfen zu finden, die sie vor ihren Feinden retten könnte. Ihr seht schon, ich sage die eine und die andere, denn im Kopf bleiben die Charaktere nicht. Die blassen Figuren bewegen sich durch eine Story, die erst gegen Ende in Fahrt kommt und dann recht abrupt abgeschlossen ist, dabei aber einen netten Twist zu bieten hat. Das Timing ist etwas holprig, die Dialoge sind solide, die Exposition wird teils recht plump vermittelt. Schlecht ist die Handlung nicht, aber auch kein Genierstreich. Vielleicht wäre hier ein Anhang in reiner Textform gut gewesen, der eine Grundlage des Hintergrunds vermittelt. Allerdings rechtfertigt wohl schon das Artwork den Kauf. Ich bin auf jeden Fall auf weitere Teile gespannt und die Blauelfen bekommen von uns schon mal sieben von zehn möglichen Punkten. Und das war's für heute. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Tschüss und bis dann! Tschüss und bis dann!